Helge war mein Vorbild, ich wollte so sein wie er, doch leider konnte ich nicht auf Instrumenten spielen wie er. Doch wollte ich spielen können auf einem Instrument und dann fand ich bei einer Band ein Stück Kuchen mit Inhalt etwas Spannenden. Es war ne Triangel, wunder, wunderbar, Triangel, so richtig, ja, 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 so ne Triangel, die macht was her, drum wollte ich's versuchen und das fiel mir leicht. Und ich komm ganz groß raus mit meiner Triangel, ganz groß raus mit meiner Triangel. Ja, ich komm ganz groß raus mit meiner Triangel, Triangel im Kuchen, la, 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 la. Der Tag war nun gekommen, an dem ich komm ganz groß raus, ich mietete die große Scheune von meinem Nachbar Klaus. Die kamen alle Leute, ihr zu lauschen, der Triangel, die mich bracht ganz groß raus. Ja, mit der Triangel, ganz groß raus mit meiner Triangel, ja, 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 und ich kam ganz groß raus mit meiner Triangel, denn die ist wunderbar. Ja, die Zeit war nun gekommen, ich ging mit der dreifachen Angel auf Tournee, doch in der Allianz Arena, da war das Glück geschehen. Die Triangel, mit der ich kam, ganz groß raus, ja, die Triangel ließ ich zu Haus, ja, die Triangel, die mit der gefühlt. Die Triangel hat mir gefehlt, so nahm ich einen Besen und hab halt da mit der Arena gefickt. Und ich kam ganz groß raus mit meiner Triangel, die ich an dem Tag nicht da hat. Die ich an dem Tag nicht da hat. Die Triangel, mit der ich kam, ganz groß raus, ja, 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 ja. Die Triangel, mit der ich kam, ganz groß raus, ja, 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 ja.